Tägliche Andachten von Derek Prince Gelesen von Daniel Tracy 27. Oktober Heilige mit einem Auferstehungsleib Gestern haben wir über die Heiligen des Alten Testaments gelesen, die zusammen mit Jesus auferstanden sind. Da ergeben sich natürlich zwei interessante Fragen. Die erste Frage lautet, gehörten zu diesen auferstandenen Heiligen alle rechtschaffenen Gläubigen des Alten Testaments? Wurden alle Heiligen des Alten Testaments zusammen mit Jesus auferweckt? Die Antwort auf diese Frage scheint Nein zu lauten. Matthäus sagt, viele Leiber der Heiligen wurden auferweckt. Diese Formulierung, viele der Heiligen, wurde im normalen Sprachgebrauch darauf hinweisen, dass nicht alle Heiligen auferstanden sind. Diese Schlussfolgerung wird durch die Worte des Petrus am Pfingsttag unterstützt. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Apostelgeschichte 2, 29 Petrus spricht hier 50 Tage nach der Auferstehung von Christus. Seine Worte deuten jedoch darauf hin, dass sich der Leichnam Davids zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Grab befand. Das würde darauf hindeuten, dass David, eine der größten Heiligen des Alten Testaments, zu dem Zeitpunkt, als Petrus am Pfingsttag sprach, noch nicht auferstanden war. Daher war diese Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen am ersten Ostersonntagmorgen eine Auferstehung von einigen, aber nicht von allen. Das zweite interessante Frage in Bezug auf diese auferstandenen alttestamentlichen Heiligen ist, was würde aus ihnen nach ihrer Auferstehung? Aus dem Bericht geht hervor, dass dieser alttestamentlichen Heiligen im wahrsten Sinne des Wortes auferweckt wurden. Das heißt, sie wurden ein für alle Mal aus der Herrschaft des Todes und des Grabes auferweckt, um nie wieder unter dieses Herrschaft zurückzukehren. In dieser Hinsicht besteht ein völliger Unterschied zwischen diesen Heiligen und den Menschen, die Jesus während seines irdischen Wirkens zurück ins Leben rief. Diejenigen, die Christus aus dem Tod aufweckte, wurden aus dem Tod in das gleiche natürliche irdische Leben zurückgerufen, das sie vorher hatten. Sie blieben weiterhin allen Schwächen des sterblichen Fleisches unterworfen und zur gegebenen Zeit starben sie erneut und wurden begraben. Diese Menschen waren lediglich in das natürliche irdische Leben zurückversetzt worden, sie waren nicht von den Toten auferweckt worden. Die Heiligen hingegen, die mit Jesus auferstanden sind, hatten mit ihm Anteil an seiner Auferstehung. Sie traten in eine völlig neue Art von Leben ein. Sie erhielten einen neuen, geistlichen Leib, genau wie Jesus ihn selbst erhielt. Sie, die auferstandenen Heiligen, gingen aus den Gräbern hervor, nach seiner Auferstehung und kamen in die heiligen Stadt Jerusalem und erschienen vielen. Matthäus 27, 53 Diese Worte weisen darauf hin, dass diese Heiligen den gleichen Körper hatten wie Jesus nach seiner Auferstehung. Sie konnten nach Belieben erscheinen oder verschwinden. Sie waren nicht mehr den physischen Beschränkungen eines normalen irischen Körpers unterworfen. Wenn das so ist, dann kann man nicht davon ausgehen, dass sie jemals wieder in ihre Gräber zurückkehrten und sich erneut dem Verwesungsprozess unterworfen. Indem sie diese Auferstehungsleiber anlegten, waren sie ein für allemal aus dem Schatten und der Herrschaft des Todes und des Grabes herausgetreten, um nie wieder dorthin zurückzukehren. Sie können mir gerne das folgende Gebet nachsprechen. Himmlischer Vater, durch diese Beschreibung erkenne ich, dass ich mit dem großen Privileg, dein Kind zu sein, auch sofort in ein ganz neues Leben und eine neue Wirklichkeit eingetreten bin. Ich danke dir für diese wunderbare Wirklichkeit. Amen.